Seit über 200 Jahren erzählen wir uns Ihr Märchen. Jetzt erzählen Sie es zum ersten Mal selbst. Das ist mein Bruder Hänsel und mein Name ist Gretel. Verletzt haben wir einen Jungen entführt. Das ist recht ungewöhnlich. Andererseits sind wir vom Beruf Hexenjäger. Als ob da irgendwas normal wäre. Nur eine tote Hexe ist eine gute Hexe. In der Free-TV-Premiere Hänsel und Grete, Hexenjäger Sonntag, 1. März, Pro 7